Als weitere Methode, um die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland zu fördern, gilt das Prinzip Sachleistungen vor Bargeld. Flüchtlinge sollen sich weder ihr Essen selber kaufen dürfen, noch ihre Kleidung oder andere Dinge des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Hygieneartikel. In der Vergangenheit wurden deshalb unter immensem logistischem Aufwand zweimal in der Woche sogenannte Essenspakete verteilt. Die gewünschten Lebensmittel mussten 14 Tage vorher aus einer DIN A4 großen Liste ausgesucht werden, die in der Regel nur in Deutsch vorlag. Ohne Sprachkenntnisse musste eine Geflüchtete blind wählen. War die Verteilung von Sachleistungen organisatorisch nicht möglich, wurden Wertgutscheine ausgegeben, mit denen nur bestimmte Produkte eingekauft werden durften. Oft kam es deshalb zu langen Diskussionen an der Kasse, zum Beispiel darüber, ob ein Kinderbuch als Haushaltsartikel gezählt werden darf oder nicht. Damit die Partei Bündnis 90 die Grünen Serbien, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina als sichere Herkunftsländer akzeptieren, wurde 2014 im sogenannten Asylkompromiss vereinbart, zukünftig vornehmlich Geld statt Sachleistungen auszugeben. Doch inzwischen wird das Sachleistungsprinzip aus Abschreckungsgründen wieder sukzessive eingeführt. Sogar der bisher mit dem Taschengeld abgedeckte Bedarf soll in Erstaufnahmeeinrichtungen künftig in Form von Sachleistungen oder Wertgutscheinen erbracht werden. In anderen Gemeinschaftsunterkünften kann ebenso verfahren werden, heißt es in dem zwischen Bundeskanzlerin und Regierungschefs der Länder September 2015 ausgehandelten Beschluss. Innenminister Thomas de Maizière will das Sachleistungsprinzip für Geflohene aus dem Balkan generell einführen. Bayern hat diesen Schritt mit der Errichtung von Sonderlagern für Balkanflüchtlinge bereits vollzogen. Dort gilt bis zur Abschiebung das Sachleistungsprinzip. In der Regel stehen hinter mir immer Leute. Ich will nicht, dass die hinter mir so lange warten müssen. Und ich möchte mich nicht noch mehr schämen. Daher verzichte ich auf meinen Euro und schaue, dass ich zügig aus dem Laden rauskomme.